Auf dem Schloss Hohentübingen ist momentan passend zum Bachfest eine Sonderausstellung unter dem Namen Bach Bearbeitet Media Exhibition zu sehen. Bachs Werke wurden durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder von Künstlern auf verschiedenste Art und Weise neu interpretiert, sei es in Form von Tanz, Film oder Literatur. Die Sonderausstellung präsentiert bekannte, aber auch überraschende Bearbeitungen von Bachs Werken. Noch bis zum 4. November haben die Besucher die Möglichkeit, die Interpretationen in zahlreichen medialen Formen zu begutachten.